Wer ist der wahre Freudenbrun? Auf für dein armes Herz, wer führt dich in dein Heiligtum, regt dich durch Leid und Schmerz? Wer hilft, wem kannst du fest vertrauen, wer nimmt dir deine Last? Auf wem kannst du ein Leben bauen, das du verloren hast? Nun, das ist Jesus Gottes Sohn, der dich gerettet hat. Für dich trug er den schwarzen Ton, nach Gottes hilft kein Rat. Damit du lebst, gab er sich hin, er mit dem Kreuz ist tot. Denk einmal nach in diesem Sinn und kehre um zu Gott. Wer ist im dunklen Helleslicht, wer steht dir immer bei? Und wer verlässt dich sicher nicht, auch wenn du gar nicht treu? Bei wem darfst du getröstet sein, wer nahm dich bei der Hand? Und wo schmilzt deinem Blut dich rein, als er dich sündig fand? Und du, was ist Jesus Gottes Sohn, der dich gerettet hat? Für dich trug er den schwarzen Ton, nach Gottes hevdem Rat. Damit du lebst, gab er sich hin, er mit dem Kreuz ist tot. Denk einmal nach in diesem Sinn und kehre um zu Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!